Und das mit Recht, denn alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Denn besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr sündet. Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das bescheidene Wahrheit spät ich euch, wenn sich der Mensch in seiner narren Welt gewöhnlich für ein ganzes hält. Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war, ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Ich bin ein Teil von jeder Körper, die böses will und gut es schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint, der böses will und gut es weint. Ich will mich lieber zu deinem Dienst verbinden, auf deinen Weg nicht rasten und nicht trinken. Wenn wir uns auf der anderen Seite wiederfinden, sollst du für mich das gleiche tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020